ARD Text im Auftrag des ZDF Er hat gefeiert. So gegen drei war die Party dann vorbei und alle sind nach Hause gegangen. Aber was ist denn passiert? Vielleicht ist es besser, bis sich alles etwas geregelt hat, wenn Sie und Herr Krüger die Plätze tauschen. Wie geht's dir? Die Kriminalpolizei hat mich angerufen. Wollen auch mal mit mir reden. Glaubst du, ich hab irgendwas zu verbergen? Nein, was ist denn das damit zu tun? Meinst du, du musst mich decken oder was? Ich frag dich einfach. Ich hab an dem Abend ein Video gemacht. Wolltet ihr es sehen? Ja. 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 Ja.